Wir sind da in Security, weißt du das? Nein, bei dem Casino. Spiel mit SMG. SMG ist besser. Da war ich kurva, Pivo. Nimm mal Jumrit. Ich hab mir genug Schutzwesten gekauft. Pistole. Ich hab mich verenguckt. Ich wollte... Robert! Das ist der Burner, sag ich, wenn mir was gefällt. Und mir gefällt so viele. Digga, reicht doch. Digga, warum hab ich AKOS gewählt? Aber wir sind Russen, wir spielen mit AK. Aber es gab's nicht anderes. Es gab's noch Pistole, MP und Pam. Ich gern mir kurz ne Schutzweste. Inventar, Panzerung. Ich hab sie bestückt, Digga. Hab mich vorbereitet. Und Snacks hab ich auch noch voll. Wer hackt? Wir haben den besten Hacker, hab ich übel. Ich kann ich nicht. Es geht nicht. Ich kann nichts. Hä? Ok. Ach so, du hast gehackt. Oha, wie Quatsch. Marco ist, ich bin überhaupt nicht. Ich bin es nicht dran. Ich bin mir humano. Hast du dich? Du hast euch mit den USA gemacht? Nein. Ach so, du hast den USA gemacht. Tschüss, ich will dich nicht tanzen. Du hast mich nicht damit entschieden. Ich glaube es nicht. Aber ich habe mich hart verraten. ich dachte wo müssen wir rein digga ich knall die hier ab Achtung draußen nach digga ich habe genug Schutzwesten alles gut ich kann vorgehen wenn ihr wollt ich will die ach da ist doch gleich der tresor wo rein nemoe putz hat nach zu bänden denn was für ein knopf wo ist der ach so warte marco ford namen habe ich ja mal immer ein haus auf mich aufpassen wie lange muss ich denn hier noch nicht durch du musst ihn schon ach so den rechten stick wie kommen wir hier raus also muss ich auch noch irgendwas machen die muss ich gedrückt halten hey warst du schon willst mich pranken Marco Doge ich habe nur noch zwei jahr gar schluss Marco Doge ich habe nur noch zwei jahr gar schluss Marco Doge ich komme aus der stil der gert ich habe nur noch zwei jahr gar schluss hier sie hoch c Marco Doge Conner nimm ich ja tschüss auf Pech Der kommt... Ja... Ich habe keinen Fieb... Ich habe keinen Fieb... Oh, lift! Oh, lift! Get money, get money! Hinter uns! Ach... Gönnchen von... Ich hab nur noch 108 Schuss, das war's dann... Hinter mir pass... Wie hast du noch AK, Elmo? Hey, mit was schiesst du? Was soll ich machen? Warte... Warte, bis dein Teammate kommt... Da steht, warte, bis dein Teammate kommt... Marco Tocci... Warte, bis dein Teammate kommt! Warte, bis dein Teammate kommt! Warte, bis dein Teammate kommt! Was lief... Wir liefern das nicht. Wir liefern das nicht. Es ist ein Teammate ja noch wohl... Wie viele... Ja und jetzt? So, wenn wir zwei bis dein Teammate... Wir sind ein Teiltag, jetzt... ja wie der mit 20 Schuss ich guck mal ob sie sich ammo kaufen kann in Winter ja Munizung kann man sich nicht kaufen 2 Schuss gern nicht mehr noch kommt der ich kann nicht mehr lange mit 3 ich habe 34 Schuss nur noch egal wie kann man so los sein 24 Schuss nur noch 4 2 3 wir haben die Doppelkoppel ich wenn du ihn zölf Schuss dann wird halt Zeit Allalolo Wo ist der Pisser? Wer soll jetzt mal in den Fall so gehen? Ja, wie soll ich mit dem reden? Sag dir was so reden So ein dumm Kopf Ich bin der Beste Wollen wir einfach die Mission liefen im Zweitspielen Einfach dieser Jerome Einfach den Bubble net Acht Schuss, es kommen welche Warum hat man kein Messer oder so? Ah, man hat ein Ich habe keine MP mehr, ich bin dead Justin, ich bin dead Wie denn, wenn ihr welche sind? Bin tot Ich bin tot, ja Was soll ich denn machen? Bubble net, was soll ich machen? Ich habe keine Munition Justin, lass die Mission liefen, ich habe nichts mehr zum Ballern Ich kann ihn nur noch abhaken Bubble net, komm jetzt Wo warst du denn? Keine Ordnung Ich habe den umgegelt Hab ihn Hab die beide umgeschlagen Ein zu Maul Die haben keine Ammo, Digga Justin, ich kann ihn nicht umschlagen Ich habe zwei umgeschlagen Digga, Justin, jetzt ohne Scheiß Komm, dritter Dritter, dritter Bin tot, bin tot Ich kann nichts machen Bin tot Ich habe keine Ammo, ich kann nichts machen Bubble net Bin tot Das ist einfach Ich mache selbstmord, kann ich nicht, hat nichts Mach selbstmord, Justin Was sollen wir machen? Ich bin tot. Ich habe einen umgeschlagen. Bappeln. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Hälfte AP. Ich werde nicht mehr Panzerung nochmal. Aber dann beeil dich. Bist du schon im Aufzug? Ja, wir sind jetzt da. Ja, dann helf mir. Hab ich. Ich habe... Der lebt noch. Ich habe ihn umgeschlagen. Digga, verpiss dich von... Er hat den Knopf gedrückt. GG's. Ja, dann kill den hinter mir. Ich hab... Der hittet dich. Ich kann nichts machen. Jetzt komm. Okay, drei. Warte nochmal. Warte. Ich bin tot und... Warum soll ich springen? Weil die schneller ist. Anstatt zu werden. Wenn. Okay. Geh auf... Geh... Wenn du zu sehr, wenn du mit dem Bohrer gehst. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Dass das der Bohrer heiß wird, das kann ich. Aber das ist nicht so. Ich habe mir ein Tutorial angeguckt. Ja. Warte, wo muss ich bohren? Ja, hier. Müssen wir das gleichzeitig machen? Ja. Okay. Warte, ich muss Bohrer ansetzen. Ich muss Bohrer ansetzen. Ich muss Bohrer ansetzen. Ich habe das letzte Mal Bohrer. Ja, ich habe aber C4 besorgt. Ich weiß das noch. Jetzt... Jetzt müssen wir anrufen irgendeinen, glaube ich. Habe ich mir ein Tutorial angeguckt. Das müssen wir nicht. Doch, neuer Kontakt-Bombenzünder, guck. War zuwürste Bombenzünder. Ah, es ist nicht. Ah, es ist nicht. Ich habe den besten Hacker besorgt. Ja, der hat mich ein Paar gekostet. Doch, der gibt uns die meiste Zeit. Ich bin... Der soll Kohle machen. Das ist mir ganz wichtig. Du bist es. Das ist mir ganz wichtig. Mach schnell. Mach. Mach weg. Nicht hacken. Einfach das, was du mein Leben kannst. Der Typ hat einen Hacken um sein Leben. ich kann aber nicht machen ohne Schuss aber ich habe keine Schuss mehr das Heck hat ihn kann das Gas noch kleinen Moment aufhalten wir können die letzten drei Sekunden rausnehmen egal weiter 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 ich habe noch Snacks ich gehe mich mit doch ich kann mir keine Snacks gönn doch ich gönn mir noch ok raus 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 der weiß nicht was man machen muss bitte sterb ja die sterb doch Arschade kannst du mir den Muni droppen aber wir müssen es wieder machen so so warte und dein Piva-Colo kannst du mir Snacks gönn äh Money gönn ich hab ich hab unsere Autos wird 50 000 gepanzert alles gut ich habe keine moda wir haben nur 1,36 millionen das muss man auf drei aufteilen ich glaube ich kann nicht schießen das sind ja ich habe nichts wie keine granaten nicht dann gehen sie geht nicht nein haben die nicht nein ich bin ein paar Minuten mit wie viele musst du noch wie viel ich bin da warte vielleicht liegt da Muni nein wir müssen fast hin sind da welche ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot bin tot bin tot bin tot bin tot bin tot ab sind wir fertig sind wir draußen naja aber müssen aus dem Casino draußen ja jetzt müssen wir nichts mehr bollern wir sind da 300 Polizisten nein 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 wir sind da 300 Polizisten zum Glück habe ich den Toeingang genommen woa Ich habe übrigens den weiten Weg genommen. Justin links bohlen, du musst ihn töten. Digga, der Bray hat noch AK-Schuss. Walla-Krise. Wir verlieren Kohle wegen dem Bastard. Ich bin direkt, wir haben zwei Autos. Ich habe die beide gepanzert. Aber dann verlieren wir Geld. Ey, wenn wir da mit 1,2 rauskommen, wäre es gut. Ne, wir haben noch 24.000. Ich bin... Ich nehme den Orangenen. Ich habe die sogar lackiert, Digga. Für 50.000 alles insgesamt. Okay, jetzt kann ich... Digga, wo ist der? Lass ohne den fahren. Ich habe... Nein, ich nehme den nicht mit. Ich harag nehme den nicht mit. Chis Don't... Chis Don't. Chis Don't. Chis Don't. Ja, okay. Warum bin ich schon nicht gefahren, Digga? Soll ich wieder morgen Vorbereitungen machen? Machen wir das wieder zusammen? Das war's in der Furie. Kennst du die Sehnen da? Digga, der kriegt nicht mal 100k, oder? ich hab die Autos panzern lassen. Ey. Ey. Justin. Ich bin wegen dir Totschastin! Was? Clean, man! Motherfuck! Müssen wir am Ende die Sterne loswerden? Halt's mal! Wir sind unter 1,2 raus, schade! Ich kenn den Typen nicht mal! Keine Ordnung! Von diesem einen Luca, der nur kroatisch kann! Was für Abplakate, Digga! Das ist der Burner, sag ich, wenn mir was gefällt! Und mir gefällt so viel auf dieser schönen Welt! Wenn jemand meckert, frage ich, ich weiß es nicht! Mach dich mal locker, Digga! Wie viel musst du noch? Dingo, 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 dingo! Ich hab nicht mal Schuss und... Na? Was? Ich muss nur 4 Kilometer, Digga! Hm, ich bin bei dir jetzt, Digga! Oh, du hast ein Handy! Oh, du hast ein Handy! Wer hat das erfunden, Digga? Es läuft aus! Stabil! Es läuft aus, wie du... Dingo, wie viel Geld verlieren wir noch? Na, er will sich sowas bringen! Weil er gemerkt hat, dass er 10% bekommt! Ach komm! Ja! Haben wir jetzt verkackt wegen dem? Es ist so ein verdammter Huren! So, und seine Eltern sind an Corona gestorben, hoffe ich! Müssen wir! Alles, 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 alles! Einen, dieses, alles, 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 besser! Insights! Ah! Du lässt in Ca. Hundertурмен Diesmal? Aha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ich hab ich possichtlich欸. eine mutter berufen so machen wir müssen nicht von alles machen wir haben Moni ist schon, Justin! Moni ist schon! Was geringen Verdiener nicht haben? Nen Pool! Digga, guck mal, der lässt sich extra... Er lässt sich extra Geld verlieren. Justin, lass die Mission bitte noch neu starten, bitte! Weil ich starte, jetzt geht ja noch, okay. Weil doch... Ja, der hat für Marc Reus gestorben. Okay, aber das bringt doch nicht zerlegentlich jemand töten. Aber wir haben ein Team, wir haben noch. Das ist eigentlich ganz freundlich. Ja. Das ist der Fall, 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 ja. Das ist der Fall. Ich hab' ich, von mir, geっぱ' ich da Fertig Angesammelt. Was hat denn? Nein hat er nicht. Und wenn... Und zweitens, ich hätte mehr Munition. Er hat nichts eingesammelt. well, sie hat nichts eingesammelt. Nein! Er stand einfach nur still. Entschuldigung. Ey, meine Mann geht jetzt schlafen. Alter, wohn.